Der wollte halt mal ein bisschen Abenteurerbau probieren und deswegen werden wir halt ein Tramper-Schild fertig machen, damit er wenigstens die Chance hat noch 20 Sekunden. Voll gut, der Plan, dass heute mal der Cashmo bestimmen wird. Ich feiere das total. Ich weiß schon, warum ich mich eigentlich hochgeschlafen habe. Und warten eigentlich nur auf den Startschuss, dass uns jeder sagt, okay, macht was ihr wollt und dann wird durchgedreht hier in Amsterdam.